Eine hinreißende Frau. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Leben nichts mehr Aufregendes passiert. Ein liebender Ehemann. Es soll nicht so weit kommen. Ein geheimnisvoller Fremder. Das ist der Augenblick, vor dem ich mich fürchte. Da ist die Partie noch offen. Es nahm einen unerwarteten Anfang. Ich bin verheiratet. Kommen Sie. Es kommt mir vor, als hätte ich monatelang im Zug gesessen. Bitte lassen Sie das. Als ich Sie vorhin sah, habe ich gewusst, dass Sie auch drauf aus sind. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich euer Verhältnis dulden werde. Wieso machen wir nicht das, was du mit Sonny tust? Weil wir nicht verheiratet sind, deshalb. Sonny erlaubt es uns vielleicht. Du unverschämter kleiner Mistkerl. Es ist deine Entscheidung. Warte. 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 Sie ist nicht verantwortlich für das, was sie tut. Sie packen ihre Koffer. Es wurde zu einem gefährlichen Spiel mit einem hohen Einsatz. Es ging um die Liebe und das Leben einer Frau. Du verdammte Schwein! Ich bin fertig zum Teufel! Nein! Rachel Ward, Brian Brown und Sam Neill. The Good Wife. Erwachsene spielen die gefährlichsten Spiele. The Good Wife. The Good Wife. The Good Wife. The Good Wife. ronische Spiele.